dann kann ich auch nur wieder steuern so stufeneinstieg geht sehr schön sehr sehr schön so zu besprechen habe ich kann ich hier bei juwelen irgendwas machen irgendwas schmieden nope gut dann würde ich jetzt wie gesagt bevor ich mit der augmission hier weitermache oh gott wo war denn das wo war denn da weil irgendwie konnte ich das schon sehr zeitig starten kolonie 4 könnte vielleicht das hier sein muss noch mal gucken wie ich da jetzt hin kommen ach nee wartet mal quatsch quatsch das hier ist es ne ich glaube da konnte ich nicht lang laufen weil ich da hauptmission folgen musste wenn mich jetzt nicht alles täuscht das müsste hier gewesen sein so dann ja es gibt die habe echt hergestellt dass das nichts Ah, es scheint, dass jemand anderes hier erst kam. Das Gehr... muss eine hochrangige Kolonie sein. Schlag die Auroboras, wo sie stehen! Ich liebe dich versuchen, Mann! Ach Gott, Stufe 23. Ernsthaft? Wink! Was ist das? Geh zurück, ich liebe unsere Werte. Sie müssen zumindest Silber ranken. Ihr Kaution dulls your insights. Your crude fighting wastes almost all your potential. And you? Good judgment, but you're a bad quitter. Just as I'd heard, sadly. I knew it. Colony Iota. I've heard about them. I bet you have. Commander Alexandria's famed for her keen wit. How dare you take Dame Alex's name in vain, scum! We've committed no crimes. I suppose you can prove that. Well, proving a negative isn't really possible. But what you think you know isn't the whole truth. Eat this, sucker! Dame Alex! Senna! I'm so there! Sorry to go off-book on you, folks. Snuff. That's enough. It will suffice for this little trial. You struggle for your lives in vain. Uroboros criminals. Those lives will be mine. This, I swear. They're a bunch of morons, just as we'd heard. And rude to boot. Indeed. But that might make for a fun reception. What you think you know is not the whole truth, huh? I do hope you'll tell. Looks like we managed to lose them. What in Her Majesty's ever-loving cheekbones just happened back there? Simply put, our foes were well-versed in the art of war. Though their methods were inelegant, to say the least. Inelegant. Like war's ever pretty. They're official at stockpiling combat rewards. That's how they managed to climb the silver rank already. I heard they even share their supplies with other colonies. That seems kind of awesome. Sharing supplies? Why would they do that? It would prove beneficial in the long term. I think. Creating debts to strengthen ties with other allied forces does open up your options. Insofar as battle tactics are concerned. And if that leads to better results in combat, you can get your hands on even more goods. What I'm getting here is that they're trouble. Yes. And to make matters worse, Alexandria herself announced that they will come for us again. I bet us traitors would net them a hefty reward, huh? So how about we turn the tables on and punch their lights out? Listen to yourself, you doofus. We're talking silver here, yeah? Well, whatever we choose to do, here's something to bear in mind. Colony Iota's commando group is made up of four units. Regardless of the precautions we take, we have a high chance of encountering them. We should consider our approach carefully. Well, in that case, brush off the embers that fall on your coat, right? It may be best if we strike first. You're suggesting we march right into Colony Iota? Well, in terms of strategy, making the first move certainly would make it easier to seize the advantage. I think with our current level of experience, we should be able to take them on. But I'll leave the final decision to you. Anyway, even for a frontal assault, we'll need to prepare properly. Okay, äh, Moment, ich muss mal kurz was gucken. I'll provide the perfect defense. Ich nehme mal ihn wieder mit rein. Achso, Moment, ich habe jetzt hier die Klasse gewechselt. Ja, natürlich haut er mir die Ausrüstung wieder raus. So dämlich. Das ist auch was, was ich hier nie so ganz verstehen werde. So. You'll be in. Talente. So, passt das jetzt? Ja. Good. Meine Güte. So, was haben wir denn jetzt hier alles so? Meine Karte ist voller Fragezeichen. Good to add more names. Good to add more names. Dann gucken wir doch mal. Was die Fragezeichen so sind. Ausgesetzt, ich finde die irgendwo. Ich sehe, einige Relationen haben geändert. More Colonies added. Okay. Hier. Hier. Ich muss jetzt die ganze Karte absuchen hier für den Rotz oder was? Ja, ich weiß, dass man das große Schwert hier sehen kann. Okay. Ich frage mich, warum da Flächenangriff steht, wenn es nicht wirklich funktioniert. Ah, das sind definitiv die Typen. Äh, die bei Alexandria waren. Ja, es ist ja schön, dass ihr alles alleine macht. Lasst mich doch auch mal. So, das ist sehr schön. Dann haben wir hier noch eins. Wartet mal, wo ist das jetzt genau? Ich muss halt gucken. Dass ich auf der richtigen Ebene bin. So. Ah, da unten, okay. Da unten. Sehr schön. Auf jeden Fall gab's Gesprächsthemen. Ja, da werde ich dann gleich mal gucken. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich die Fragezeichen nicht abarbeite, ne? Ich weiß, dass ich nicht mehr verabschiede habe. Ich weiß gar nicht. Ein Ab Members. Und dann? Ja, ich weiß nur. Ich weiß es schon, dass ich hier in der anderen Seite so gut schrauben. Ich weiß nicht, dass ich jetzt wo i und zu. Ich weiß nicht, was ich? wer hat gefällt also die oder was ich dachte das hat jetzt hier mit von meinen leuten gesagt hier